Ui, da ist aber mal erschrocken der Markt. Ganz schön deutlich ging es runter. Gestern gegen 19 Uhr gab es in Amerika einen deutlichen Rutsch. Wir sehen das hier in der 4-Stunden-Kerze. Heftig. Mal eben schnell die Leute zusammenzucken lassen, wie schnell es doch gehen kann. Na gut. Also wollen wir mal gucken, wohin das Ganze führt. Warum ist das Ganze entstanden? Darüber kann man natürlich trefflich streiten. Um 19 Uhr gab es zumindest mal eine Auktion langlaufender Renten. Das kann den einen oder anderen vielleicht dann in dem Zusammenhang natürlich auch in den Verdacht bringen. Naja, kann das damit im Zusammenhang stehen? Wir als Schadtechniker gucken gar nicht so sehr darauf, sondern eher, wie war denn die Reaktion? Also was erschreckt hat, stört mich persönlich meistens weniger stark, als wie stark ein Einfluss eben für die Leute war. Und der war schon relativ auffällig. Der deutlichste Rücksetzer, den wir hatten seit Anstieg im Oktober, das sieht man hier im Chart, eine dicke rote Tageskerze war dann am Ende des Tages dann doch noch drin. Und das wiederum ist möglicherweise schon dieses bärische Zeichen, was wir seit langem immer wieder gesagt haben, was komplett fehlt. Das Ganze hier hat ein Engulfing Pattern Verhaltensmuster nach der Kerzen Chart Technik. Also ihr seht, dass diese Kerze quasi diese hier umschließt. Und dementsprechend das ist dann ein negatives Zeichen. Für einige wäre der Bruch dieser Tiefmarke entsprechend ein Startsignal für die Abwärtsseite. Wir haben alles, zumindest im Future gesehen, was er haben musste. Insofern dürften wir ihm nichts vorwerfen. Manch einer sagt, naja, Rüdiger, das sind doch diese fünf Wellen, von denen du da häufig sprichst. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, zumindest mal bis hier hin zu kommen? Und dann, wenn wir da unten sind, wird entschieden, ob es weitergeht oder nicht. Ja, Gold, richtig. Die Zeichen dafür stehen deutlich besser, als wir das in den letzten Tagen hatten, wo ich immer wieder gesagt habe, es gibt halt keine Anzeichen für die Shortseite. Jetzt gibt es Anzeichen mal für die Shortseite. Das ist sicherlich alleine für sich gesehen noch nicht wirklich ein Drama, was wir da oben jetzt sehen. Aber es ist halt ein Zeichen dafür, dass der bullische Markt doch ein bisschen fragil wird. So langsam, aber sicher. Und das ist nicht untypisch am Ende einer Bewegung, dass dann die Marktteilnehmer mal sagen, komm, lass uns mal Gewinne mitnehmen. All das, was ich die Tage über mal angedeutet habe, was durchaus typisch wäre. Nicht, dass ich weiß, dass das sicher passiert, aber dass man am Jahresende Gewinne mitnimmt, um eben einen Bonus nochmal einzustreichen, ist jetzt nicht so absurd. Und das, nein, das würden die nie machen. Ja gut, aber wenn sie verkaufen, um eben Positionen zu schließen, dann ist das eben nicht gerade Druck nach oben, sondern eben tatsächlich nach unten. Wie sieht es mit möglichen Stops aus? Also wer auf Tagesebene unterwegs ist, hat noch ein bisschen Platz. Ich blende es mal hier ein. Ihr könnt ja die Zahlen selber ablesen. Oder Parabolic Supertrend auf Tagesebene, das ist ein No-Brainer. Kriegt ihr mit jeder Chartsoftware selber hin, in eurem Lieblingschart, je nachdem, was ihr handelt. Ansonsten im 4-Stunden-Chart wird es dann natürlich schon langsam eng. Da hatten wir ja gesagt, die letzten Tage, wer also ein bisschen enger will, der zieht zum Beispiel Supertrend im 4-Stunden-Chart nach. Der ist dann tapfer da oben, aber auch schon rausgeflogen. Also hat gar nicht das ganze Martyrium da unten miterleben müssen, sondern hat gesagt, Edgy Badge, ich habe vorgesorgt, ich bin raus. Mal gucken, was passiert als nächstes. Also ihr seht, das hängt so ein bisschen davon ab, wie eng man das Ganze treiben will. Ich bin ja eher ein Freund von eher engeren Stops und im Zweifelsfall dann auch gerne wieder rein. Aber das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie man selber da getaktet ist. Ob man sagt, ja du von wegen wieder rein. Ich komme dann da ja wieder nicht rein, weil ich ja nicht so viel auf den Markt gucken kann. Deshalb verstehe ich natürlich, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Wenn es aber jetzt nun wirklich runter geht, rechnet damit, dass 4.550 oder noch professioneller, gemessen mit den Fibonaccis, 3820er Marke, die ist bei 4.560, 4.476. Also, dass irgendwie was hier, machen wir das mal ein bisschen professioneller als so eine komische Murmel hier, also irgendwie so ein Rücksetzer, das wäre erstmal ganz normal. Geht der impulsiv da rein, dann habe ich fast die Befürchtung, dass es noch weiter geht. Wenn es wackelig reingeht, sehe ich gute Chancen, dass wir anschließend aber sogar die Aufwärtsrichtung nochmal vornehmen. Das wird ein Thema sein für die nächsten Tage. Das müssen wir nicht heute jetzt besprechen im Index-Update am Nachmittag, aber das ist zumindest mal so die Orientierung. Wenn die Abwärtsrichtung tatsächlich kommt, dann wäre das hier die Box. Dafür wäre das der klassische Trigger, um Shorts zu initiieren nach der Candlestick-Pattern-Situation. Ein bisschen ist das ähnlich wie hier. Ihr seht, diese Kerze wird von dieser roten komplett umschlossen. Das Ganze nachher im Aufwärtstrend. Das ist also ein solches mögliches Short-Signal. Das könnt ihr euch einfach mal merken, so als Backup-Lösung. Wenn man das sieht, dann sollte man vielleicht nicht super long eingestellt sein, zumindest mal so lange das gilt. Das gilt allerdings nicht für immer. Das gilt nämlich spätestens dann nicht mehr, wenn der Kurs hier einen Bruch nach oben hat. Und manch einer, der hat ja mitbekommen, dass ich heute schon etwas rausgegeben habe, was bei allen US-amerikanischen Indizes der Fall ist, nämlich die sogenannte blaue Kerze, wenn ich das mal so sagen kann. Der Bornbar, der lässt andeuten, dass genau diese Marken, das Tief hier für die Short-Seite oder das Hoch da oben für die Long-Seite vielleicht ein möglicher Trigger ist. Man könnte meinen, das ist immer bei den Engulfing-Pattern. Na, ganz so einfach ist es nicht. Da wird doch noch ein bisschen mehr betrachtet. Aber in diesem Fall fallen diese beiden tatsächlich zusammen. Und dementsprechend kann man sowohl nach dem einen als auch nach dem anderen Ansatz hier entsprechend seine Einstiege finden. Wenn ihr wollt, dann hatte ich als Trade des Tages heute ja das Ganze für den Nasdaq schon rausgegeben. In Born for Trading natürlich auch für den S&P und für den Dow Jones. Da hattet ihr dann noch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, welche für euch dann sinnvoller ist. So, gucken wir aber noch mal ein bisschen auf den Nahkampf-Chart hier. Wie sieht es denn jetzt Intraday-mäßig aus? Hier ist noch mal dieser scharfe Rutsch im 15-Minuten-Chart. Hier die heftige Abwärtsbewegung. Dann nachts, also als alle geschlafen haben mehr oder weniger, ist der Kurs wieder ein bisschen nach oben geklettert. Ist das hier irgendwas, was für die Short-Seite lockt? Es ist nicht so ein sauberes Bild, was nicht so sehr verwundert, weil wir hier viel Nachthandel mit dabei haben in dem Moment. Aber ganz grob würde man sogar sagen können, naja, wäre das nicht sogar denkbar, dass das irgendwie sowas wird und man hier noch mal einen frühen Short vielleicht nach Elliot machen könnte. Scharfe Bewegung im Vergleich dazu schwache Bewegung. Das letzte Zwischentief ist das. Das wäre der entsprechende Trigger. Ja, grob gesprochen gefällt mir das gut, aber im Detail finde ich die Aufwärtsbewegung nicht so deutlich, also die Aufwärtsbewegung ist deutlich, aber nicht so schön von der korrektiven Struktur. Der feine Herr mag es ja immer besonders schön. Wenn es besonders schön ist, bin ich begeistert. Wenn es nicht ganz so toll ist, muss man halt überlegen, ob man das nutzt. Es ist allerdings in die Lieblingszone einer Korrektur wieder rein, also sprich, diese Bewegung ging dorthin, wo sie klassischerweise eben gerne hingeht, in dem Bereich 38, 50, 61, 8. Es hat eigentlich alles gesehen. Geht der Kurs jetzt nach oben raus aus der 61, 8er Marke, spätestens dann durch die Marke hier bei 4.812, das ist die 78, 6er Marke. Für diejenigen, die das jetzt nicht so schnell, dann könnt ihr in eurem Chart das als Orientierungshilfe so ein bisschen benutzen. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber damit ihr die Linie besser findet, wenn ihr das nicht selber einzeichnen könnt oder wollt, spätestens da ist diese Short-Idee, zumindest mal nach diesem Elliot-Muster-Schub, wackelig erstmal rum. Wenn der Kurs tatsächlich aber nicht durch diese Marke durchgeht, sondern wenn der Kurs vorher durch diese Marke durchgeht, nach unten wäre das ein möglicher Short. Wie gesagt, mit der Einschränkung, Symmetrie ist nicht so toll, die Gesamtform ist nicht so schön, ich mag es, je symmetrischer es ist, desto sauberer ist das Ganze. Oder wenn es sogar noch so aussieht, dann hat man sogar noch hier den Einstieg, dann sieht man, dass das klar korrektiv ist. Allerdings eher korrektiv sieht es nach oben aus, das heißt, das ist ein Can-Short, wenn man so will. Nicht super toll, aber durchaus machbar und ihr dürft eins nicht vergessen, nehmen wir mal an, ihr wollt den Nutzen für die Short-Seite, dann ist eure Erwartungshaltung grob gesprochen ja, dass sich das nochmal wiederholt. Denn das ist die erste Welle, die erste Abwärtswelle, jawohl, die erste, wir sind am höchsten Punkt. Also insofern, das wäre die erste, dieses komische Krautzeug, was da am Wackeln war, das wäre die zweite, dann wäre das die nächste gleich große Abwärtsseite, die wir hier erwarten. Von wo auch immer das hoch ist, vielleicht von diesem Punkt, wenn es nochmal ein bisschen höher klettert, dann von dem Punkt. Und dann könnt ihr eben diese Länge entsprechend dort anlegen, wo dann der Hochpunkt tatsächlich war, solange nicht über die 78er geht. Und dann habt ihr ungefähr ein Ziel und dann seht ihr schon, Zielweite bis dahin ist mindestens mal das, bis zum Stop, das wäre das. 78er liegt sogar noch ein bisschen niedriger, dann habt ihr noch ein besseres CRV. Das heißt, es wäre zwar nicht so schön, aber es wäre zumindest mal ein schöneres Bild für die Abwärtsseite. Das Chance-Risiko-Verhältnis würde auch für uns sprechen. Das heißt, wer sagt, ich möchte gerne auch ein bisschen früher schon rein, nicht erst hier auf dem Tief, dann rein aufgrund der übergeordneten, am Tageschart erkennbaren Umkehrbewegung, sondern ich möchte schon Intraday hier irgendwie was machen, dann wäre das hier so eine Orientierung. Das sind die Zwischentiefs, die wir so mittags hatten als Orientierung für die Short-Seite beim S&P, für diejenigen, die das ein bisschen kürzer auch nochmal anlegen wollen. Ja, ist damit die bullische Ära zu Ende. Also es würde mich zumindest nicht wundern, wenn es dann jetzt vor Weihnachten nicht mehr wirklich nach oben geht. Und bislang war es so, dass die Marktteilnehmer irgendwie den Eindruck vermittelt haben, um Himmels Willen nicht verpassen, bloß nicht raus. Das hat sich aber jetzt mit diesem Anzeiger geändert. Wer hier nicht rausgegangen ist, ja, der sieht ja, wir kommen wenigstens wieder ein bisschen hoch. Der hat sich vielleicht erschrocken, aber das Drama ist nicht mehr ganz so schlimm. Das ist ungefähr der Stand, den wir ja noch am 18. hatten hier beispielsweise oder am 19. nachts oder ganz früh morgens. Also der hat jetzt nur diesen hinteren Teil verpasst. Der ist jetzt ja wieder weg, hat aber noch eine zusätzliche Stopp-Möglichkeit. Denn dort, wo ich den Short überlegt hatte, das wäre natürlich auch ein entsprechender Stopp für die Long-Seite. Denn wenn einige dort aktiv Short gehen, dann muss man sich natürlich überlegen, ob man dann sagt, nee, nee, das ist ein ganz toller Punkt, um immer noch Long zu sein an der Stelle. Wie sieht das bei den Kollegen aus? Nasdaq, gucken wir doch mal da drauf. Das Bild natürlich im Wesentlichen das Gleiche. Auch hier dieses Umkehrsignal, da brauchen wir jetzt nicht bei jedem auf Tagesbasis drauf einzugehen. Möglicherweise, und das wird spannend, dann am morgigen Abend, könnte sich hier sogar noch ein Shooting Star ergeben auf Wochenbasis. Vorsichtig, der gilt natürlich jetzt noch nicht, denn die Woche ist ja noch nicht rum. Aber wenn das so ähnlich ist wie hier, so ähnlich ist wie hier, so ähnlich ist wie da, so ähnlich aussieht, dann sind das alles Anzeichen dafür, dass es zumindest mal für ein, zwei, drei Wochen mal nach unten gehen kann. Vielleicht sogar dann noch deutlich tiefer, das sagt diese Kerze allerdings nicht, die redet erst mal nur für den direkten Folgebereich, aber auch das wäre ein Zeichen für eine Umkehr, dann hätten wir tatsächlich auf Woche, auf Tag und irgendwie durch das Pattern. Das ist hier natürlich relativ ähnlich ein Short-Signal. Da muss ich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Haben wir das nicht hier beim Nasdaq gesehen, was du eben angedeutet hast? Ja, das wäre eigentlich schon die Short-Seite. Also wer dieses Muster eben gerne handeln möchte, der ist eigentlich an der Stelle schon Short. Wer es noch nicht ist, kann sich natürlich überlegen, ob er sagt, naja gut, wenn er es jetzt noch mal triggert, gehe ich entsprechend Short. Wie gesagt, ich finde es nicht super schön, weil diese Korrektur nicht wunderbar schön aussieht, denn die sieht so halbwegs ja noch einigermaßen stark aus. Während diese Abwehrseite jetzt ja auch nicht wirklich die stärkste ist, die wir jetzt hier gesehen haben. Also ich bin noch nicht so 100% glücklich mit der Short-Geschichte beim Nasdaq und wenn der Nasdaq nicht fällt, wird der S&P auch nicht fallen. Im Intraday-Chart und auch hier gilt natürlich, noch ist dieses Ding hier nicht auf der Unterseite getriggert. Das heißt, da ist noch nicht zwingend ein Bedarf, dass der Kurs jetzt das macht. Aber wenn er das noch mal anreißt, hier das Tief von gestern, warm anziehen. Zumindest gibt es Chancen, dass wir dann für einige Tage noch mal ein gutes Stück nach unten eben gehen. Noch allerdings ist erst mal die erste Gefahr abgewendet, aber man sieht, dass die Marktteilnehmer doch schisser sein können. Also rechnet damit, dass solche Ereignisse gegebenenfalls auch noch mal eine beschleunigte Bewegung nach sich ziehen. Wie gesagt, noch nicht getriggert hier auf Tagesebene. Der Dow Jones ist sogar noch ein bisschen stärker als die anderen, denn hier seht ihr das relativ deutlich, dass man eigentlich den Eindruck hat, naja, das ist doch eine relativ impulsivmäßige Aufwärtsbewegung. Denn warum eigentlich impulsiv? Die sieht doch fast genauso aus. Ja, aber hier haben wir dieses Tief und dieses Hoch und die überschneiden sich nicht. Also das sieht eher aus, als ob wir hier sogar fast schon impulsmäßig unterwegs sind. Ich mache mal 5 und dann haben wir jetzt hier vielleicht eine Welle, eine Seitwärtskorrektur noch zu erwarten und sogar noch eine Chance auf nach oben. Also ihr seht, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Also keine zwingende Empfehlung für diese Zwischendiefs. Wenn das beim Dow und beim Nasdaq nicht so toll aussieht, würde ich mich auch noch mal beim S&P zurückhalten. Also die Idee grundsätzlich ganz okay, aber aufgrund der, naja, besseren Situation bei den anderen beiden und der undeutlichen Situation beim S&P vielleicht das hier kein Short Trigger. Aber ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall, das heißt, wer jetzt noch long ist, hat an dieser Stelle ein sinnvolles Stopp Niveau. Wer nach Shorts sucht, hat an dieser Stelle ein sinnvolles Entry Niveau. Was bedeutet das für den DAX? Der DAX hatte ja schon sein Wochenumkehrsignal, also dementsprechend hat er alles, was er dafür bräuchte. Einzig ist, dass der Tages- oder der 4-Stunden-Chart, egal welcher, in der Abwärtsbewegung, ja, konsequent nach unten geht. Das ist die gute Nachricht, zumindest mal aus bärischer Sicht. Allerdings, dass das doch sehr korrektiv aussieht. Also ihr seht, ich bin noch verhalten für die Abwärtsseite. In den großen Bildern hat man schon den Eindruck, na, jetzt komm, lass gut sein. Und argumentieren kann man immer mit Jahresende, Gewinnmitnahmen, Bücher schließen, sowas in der Richtung. Aber der Druck nach unten beim DAX ist noch nicht da. Allerdings haben wir gesehen, dass die Amerikaner auch schreckhaft sein können. Deshalb behaltet das im Hinterkopf für mich beim DAX kein Handlungs- oder kein wichtiger Aktivismus jetzt da, außer, dass dieses Signal zumindest mal, wer vorsichtshalber Gewinne mitnehmen will, ich würde dann sagen, hier an der Stelle, an den Tiefs, die wir hier jetzt zuletzt hatten, komm, schließt doch, nehmt mit, freut euch, macht dann wieder was Neues, wenn es dann weitergeht. Zur Not kann man da schließen und kann immer noch sagen, dann mache ich halt bei Bruch dieser Zwischenhochmarken wieder auf. Ich weiß, das ist etwas für die Aktiveren. Manch einer sagt sich, genau das will ich ja vermeiden, dass ich hier dauernd rein und raus muss. Das kostet immer Überwindung, das kostet Zeit, am Ende auch noch ein bisschen Geld, weil Gebühren oder Spread oder je nachdem, welche Modelle ihr da habt, welche Produkte ihr da handelt. Ja, aber das ist es nun mal. Man kann leider nicht hier jetzt sagen, nee, nee, ich möchte also, nee, nee, verlieren, das fände ich jetzt total doof. Ich möchte eigentlich sicher sein, was hier als nächstes passiert. Auch die Char-Technik, wie jede andere Technik auch, ist nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Die Char-Technik ist lediglich in der Lage, die Unsicherheit so zu klassifizieren, dass ich sinnvolle Verhaltensweise an den Tag legen kann, die im Durchschnitt ein positives Ergebnis erwarten lassen. So vorsichtig muss ich das formulieren, immer wieder, damit ihr nicht auf die falsche Fährte geführt werdet, im Sinne von, wieso, da hat doch der Profi gesagt, was als nächstes passiert. Nein, wir sagen nur, das ist die, hat eine hohe Chance, dass das passiert und so und so muss man, oder so und so reagieren wir da drauf, wie ihr das dann macht. Das könnt ihr ja dann entsprechend sehen. So, jetzt habe ich euch konkrete Einstiegs- und Ausstiegssignale genannt, zumindest mal Ideen gegeben, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, dass ihr aus der Geschichte das für euch richtiger machen könnt. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Schaut euch gerne den Trade des Tages an, falls ihr noch nicht gesehen habt, beziehungsweise eben die Vorstellung, die ich in Born for Trading reingeschrieben habe. Wenn ihr da mit dabei seid, habt ihr die, auf alle Indizes jetzt hier und ihr seht es hier, vorne kann man es noch sehen, Dow Jones, S&P und Nasdaq. Das ist allerdings so ziemlich das gleiche Bild. Da könnt ihr euch entweder einen rauspicken und sagen, den mache ich. Oder macht es wie wir, dass ihr relativ geringe Einzelrisiken habt und sagt, ich mache die alle. Aber dafür gehe ich nicht bei allen quasi mit voller, mit vollem Risiko rein. Das solltet ihr ja sowieso nicht tun. Aber das ist eine andere Geschichte. Thema Money Management und soll ein andermal erzählt werden. So, morgen ist Freitag. Morgen sehen wir uns nochmal. Deshalb für diesen Moment euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.